Hallihallo und herzlich willkommen zur ersten Multiplayer-Ausgabe zu F1 2017. Die Mega-Corp-Vorbereitung steht nämlich an und wir haben auch schon ein bisschen Verstärkung geholt. Ein Name, der immer wieder angesprochen wurde, war der Batzmann oder Bassman oder einfach nur Anton, sage ich jetzt einfach mal. Ich grüße dich mal als erstes. Hallo. Hallo, ich freue mich, dass ich dabei bin und ich grüße herzlich zurück und bedanke mich, dass ich hier mitfahren kann und bin jetzt gespannt, wie das läuft. Ja, du weißt ja, ein guter Trick ist, am Anfang nicht so wie Dave erstmal auf die Kacke hauen, sondern so langsam reinzugehen, weil Dave hat ja damals gemeint, er muss gleich alles dominieren. Da waren wir schon dann da kurz davor, ihn wieder rauszuschmeißen. Nein, Spaß. Natürlich Dave auch dabei, der Gucki ist dabei, habt ihr schon lachen gehört, Pace ist dabei, Viper ist dabei, Benni ist dabei, Kai ist dabei, Michel, habe ich schon gesagt, egal, ist auch dabei. Moin. Moin, Moin. Bettel. Servus. Und Einnahme kehrt, oh, sorry, Einnahme kehrt zurück durch der Marvin, der Pro Game oder Porn, Porn, Punkt, 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 der in der F1 2015er Megacope dabei war, der möchte sich jetzt hier in der 17er wieder mit anschließen. Mal gucken, ob er seinen Schweizer Kollegen auch noch aus der Vergangenheit zurückkommt. Oh Gott. Dann wird es aber ziemlich laut. Ne, das ist jetzt einfach nur ein Test ohne Qualifying, ohne was, wir machen Blitzqualifying, 25 Prozent drin. Ja, wir werden einfach noch bis zur Saison, bis zum eigentlichen Saisonstart viel, viel testen. Das ist jetzt einfach der erste Multiplayer-Test, gar nichts groß, irgendwie weiter gedacht oder weiter gespunden, wie wir es angehen wollen diese Saison. Das werden wir dann in den nächsten Testrennen machen. Wir werden dann nicht mehrere Testrennen angehen und dann gucken wir einfach mal. Und dann werden wir natürlich euch, die ganzen Communities von Dave, von Michel, von uns, vom Pixeln-Kanal und, 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 von Gugi und wer noch alles aufnimmt, welche Communities alles dabei sind, werden wir natürlich auch dann mit einbeziehen in die Planung. Aber jetzt fahren wir erstmal ein kleiner Test, kurzes Blitzqualifying im Österreich. Wir haben uns geeinigt, kein Setup zu nehmen. Also wir nehmen einfach das Standard-3er-Setup und gucken einfach mal, wie es läuft. KI haben wir auf Stufe 85 mit dabei. Jawohl. Das Feld besteht, äh, 50 Prozent. Ja, ich wollte da nicht reinplatzen, irgendwie. Oh, wir müssen auswählen, äh, ja. Verbesserungsvorschläge natürlich, wie immer in den Kommentaren, damit wir auch ein bisschen was in die Planung mit reinnehmen können. Ja, also das Feld besteht zur Hälfte aus Maschinen und zur Hälfte aus Menschen. Achso, ich dachte, zur Hälfte aus Maschinen und zur Hälfte aus KI. Und dann sagen, jetzt erzählst du mich. Du bist ja das Wunderkind. Oh, Intro, weg damit. Äh, Knuddel, hier Knuddel oder Kuschel? Kuschel. Knuddel oder Kuschel. Können wir überhaupt im Setup was ändern? Ah ja, können wir, aber machen wir nicht. Bleibt einfach alles. Ja, dann einfach geh zur Strecke, oder? Ja. Kann man nicht einfach weniger Sprit mitnehmen? Noch weniger. Lass es, ignoriere es, trau dich mit viel Sprit zu fahren. Nee, man kann mit 5 Kilo statt mit 6 fahren, das wundert mich nur. Waaas? Krass, ne? Ob das einen großen Unterschied hat, weiß ich nicht. Wo ist geht gleich los? Sieben, sechs. Vor allem ins Poly ist, finde ich, der Druck noch viel höher wie bei normalen. Nee, guck mal, den Zeitraum ist voll aus. Starker Regen im Rennen, krass. Was? Richtig ist es? Nee, ist es nicht. Ist überhaupt die fette Mischung? Nee, wir haben die maximale Mischung. Maximale Ultra. Ultra fett. Ultra heilig fett. Mega fette Mischung. War zu spä. Ich hab die ersten Türen schon voll abgekürzt. Deutschen können wir nicht mehr als Geist, wenn sie vor einen fahren. Ich dachte, das hat man also nicht sehen. Das wäre voll strange. Das wäre geil, weil dann muss man, wie scheiße langsam man eigentlich ist. Oh, da rauchen schon die Reifen an Bremsen. Und zum Glück, glaube ich, hat sie dazu da noch gut hingekriegt. Hä, wird's Turnstarten wieder ziel? Was? Sie ist einfach ruhig. Ich weiß nicht, wie langsam du pisst. Also ich seh schon unsere Zeit noch. Dave ist es mal vor mir. Ich bin schon mit dem Rennen fertig, hallo? Ja, ja. Ich kann schon sagen, wer die erste Präsenzion wird hier beim Testrennen. Das wird wahrscheinlich Anton sein. Was? Dave ist es runter? Also ich war richtig langsam. Ich auch. Ich bin abgerufen in der letzten Kurve. Weifer? Weiter. Ey, ich hätte auch locker, drei Zehnter habe ich locker verloren. Weil ich einmal gesprungen bin. Ja, ich bin richtig langsam, ey. Ey, das kam jetzt unerwartet. Hast du alles aus oder hast du wieder was eingestellt? Hä? Hast du noch immer noch alles ausgestellt oder? Ja, alles ausgestellt. Wir fahren mit Standard-Setup. Ich komme im Standard-Setup nicht klar. Das kam ich schon in den 2016er nicht. Nee, nee. Ich meine von den Fahrhilfen her. Ja, da habe ich ja alles erlaubt. Also wie jeder möchte halt einfach. Und so. Also zur Info dann für die anderen Aufnahmen. Ich bin, ich nehme heute nicht auf und bin auch gleich weg. So in acht, neun Minuten. Und fahre halt auch ein paar Runden mit, aber ich muss mich dann leider heute früher verabschieden. Der Michel fährt lieber beim abgefahrenen Community-Rennen mit. Ja, dann musst du mich gleich einchecken, genau. Nein, fast. Das läuft doch schon. Oh nein, direkt. Wir haben mit Einführungsrunde diesmal, ne? Oh, okay, cool. Echt? Moment, Spritkugel. Oh Gott, man kann mittlerweile echt so viel Sprit eigentlich mitnehmen und alles verbraten. Wo kann ich den Sprit? Ach, da. Ich bin jetzt übelst wenig Sprit. Irgendwo am Anfang weniger. Das ist eine gute Idee. Okay, ready, go. Ich muss sagen, das kam ein bisschen überraschend tatsächlich. Ich habe einen anderen Kandidaten ganz vorne gesehen. Ja, selbst der macht manchmal Fehler. Irgendwie läuft sich so der sauber auf vier. Hallo, grüß mal, hallo. No, fettl bleibt einfach. Jo, fettl haben uns schon drungen gedreht. Nein, das war ich. Ja, fettl aber auch. Hey, was ist denn das denn hier? Was macht der Navi-Nender? Aber jetzt müssen wir die rein. Oh. Hey, Hamilton. Hä? Was ist das denn? Hä? Boah, haben wir gleich disqualifiziert? Okay. Was zur Hölle? Warum ist Hamilton da? Das, alles gut. Das Spiel da ist. Das ist nicht, wenn du überhaupt nicht mitfahren willst, dann schicken wir dich rein. Was macht Hamilton denn da? Fettl gibt einfach Vollgas und fährt in mich hinein. Keine Ahnung, ich bin Reifen auf Wärm gewesen und dann kam, war irgendwie plötzlich Hamilton neben mir. Bei mir auch, bei mir auch. Der hat mich voll einfach gecrasht und dann war ich disqualifiziert. Ja, weil Hamilton und Raikön sind gerade nebeneinander. Moment mal, damit wissen wir ja schon mal, was wir nicht machen wollen. Saison- und Vereinflungsrunde. Ja. Und wir haben sogar diesen Multiplayer-Patch drin. Ja. Na, guck mal, das ist ein bisschen sehr geil. Moment, aber seid ihr jetzt disqualifiziert von der... Nee. Samt von der Einführungsrunde. Okay, gut. Ah, Michael, guck mal hinten auf Sie. Guck mal hinten auf Sie, wer da steht. Jetzt hat's Hamilton zurückgesetzt. Ja gut, dann beeile ich mich mal, damit die Reifen von euch nicht zu kalt werden. Die bleiben auf der gleichen Temperatur immer auf 90. Okay, gut. Das stand zwar disqualifiziert, weil wir bestehen ja in der Startaufstellung. Das denke ich immer schon, dass wir das sind. Das heißt nur disqualifiziert, aber ihr seid nur aus der Startauf... Aus der Aufwärmkommission quasi. Genau, von der Aufwärmkommission quasi. Das heißt, ich muss keinem fahren dürfen jetzt. Dann einfach durchfahren. Durchquiert. Ja, zum Glück ist es nur ein Test, sonst wäre das schon ein riesiger Reihenfall für unser Team. Ja, auf jeden Fall. Da müssen die Tests ja da. Kurz bei einem anderen drin gewesen, geil. Aber wie werden die Autos aussehen einfach? Aber ich bin auch gerade durch Ray durchgefahren. Wir waren gerade eins. Unsere Team-Chemie passt einfach. Wir sind eins mit dem Auto. Der Viper, du musst nicht so gut starten wie in F1 2016. Gut, dass die zur Hälfte schon gegrostet sind hier. Ich habe ein bisschen Angst. Ey. Boah, voll der Leck. Alter, Reiköhn. Mit Geschäden am Frontflügel. Schon in den Wagen, bis wir ihn verblicken haben. Bette dreht uns voll durch, gerade nicht. Das hat man auch. Also wir werden längst ein bisschen. Wow. Aber nicht nur ein bisschen gerade. Ja, Reiköhn ist gut, Mann. Yo. Da fliegen aber richtig die Fetzen da vorne schon. Hey, ist wir neben dir? Ja, ich weiß. Hängt einfach genauso wie der an wie 2016 aufgehört hat, ey. Ja, ist durch. Ja, danke. Richtig, richtig lustig, glaube ich. Also wenn die Bugs behoben werden. Ansonsten fahren wir einfach ohne KI. Ja. Ja gut, wenn wir noch ein paar mehr Leute dazu holen. Alter, ich habe voll die mega Lacks. Da kriege ich auch immer so einen Force Feedback Ausschlag, wenn es leckt. Das ist voll scheiße. Das hat dich gerade auch kurz. Ich dachte, das wäre eine Bodenwelle, aber... Ne, ne, so stark sind die Bodenwellen nicht. Zumal ich die bei meinen Force Feedback Settings reduziert habe. Die mir richtig auf den Sack ging. Michael, fährst du fett? Ja, ich muss ja auch gleich los. Deswegen kann ich ja jetzt alles raushauen, was ich habe... Ne. Aber Rudels, wie die Sprit mitgenommen. Das hätte ich doch nicht sagen dürfen. Hätte jeder gedacht. Boah, guck mal. Oh. Das war zu weit. Aber für dich muss so ein schnelles Auto keine Neuerung sein, oder? Ich meine, du mit deinem RS. Ja. Das Ding ist halt schon... Der kann auch mit der Formel 1 auf dem Hütteln behalten. Ja, das ist so. Allein von der R-O-Iname. Monstrum gewesen. Der durfte ja mitfahren. Der war voll aus dem Häuschen. Ja, also... Ich bin ja schon in einem Fiesta ST sehr oft mitgefahren. Aber... Der Ford Focus RS ist halt schon nochmal eine andere Hausnummer. Kann ich mal mit der KI mithalten, ey. Hammer. Also irgendwie... Der Ford Focus RS ist auch hier bei 85% im Multiplayer stärker. Anton und ich haben das Gefühl, dass die Autos allgemein ein bisschen weniger Traktion haben. Wobei ich muss sagen, aktuell fällt das noch nicht so auf. Aktiviert. Die RS ist jetzt verfügbar. So, strategiemäßig müsste man sich einmal kurz absprechen dann. Die drei fahren da vorne aber schon echt einen guten Stiefel, ne? Ja. Ich weiß wie die Zehen an dir aus. Alter, ne? Ja. 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 Wie hat sich'n da... Oh. Anyway. Das ist einfach malого Ausladung. Hast du halt gar keine Spielfunktion? Ja. Das wird jetzt lustig und der Klassiker ja Oh Benny Yo Lockers Ich habe noch abgehalten, ich konnte es noch aufhalten aber trotzdem Ich muss zwar Bef sei leise Ich kann wahrscheinlich gleich wieder aussuchen Bef sei leise Boxenstopfenster Okay, manchmal lag das Spiel aber echt online bis herum Oh Gott Bei der Linie Komm am Ende dieser Runde rein Ich kann gleich Boxenstopfenster, dann bin ich danach raus Also kletterst du quasi aus dem Boxenstopfenster Ja, ich fahr quasi das Auto in die Garage, weil technische Probleme Weil keine Ehen kommt Moment, fährst du mir klar? Nein Ach schade Bin sauber Ja gut, passt auch Dude, da geht er auch Verstappen hat sich gedreht Rüpfelt, oder? Nee Ich weiß nicht warum sich Verstappen gedreht hat, ich habe keine Ahnung Oh, verdammts Okay Okay Ja Das hätte glaube ich die letzten zwei Kurven besser als du, aber hier Oh Michael Ja ich bin, ich bin jetzt, ich habe mich an den Rad Mein Kügel ist auch Und so Ja Leute Ich habe mal ein Drittel mitgefahren und dann beim nächsten Mal bin ich dann voll dabei Ja, dann machen wir auch nochmal einen vollen Test Genau, viel Spaß, viel Glück euch und bis zum nächsten Mal Joos Tschüss, tschüss Wieso tauscht die mir die Nase dicht? Wieso tauscht die mir die Nase dicht? Solche Pfosten Kommt da immer eine Rauchwolke auf an schon, wenn ich so weit in fahr, oder? Weiß ich nicht Okay Konzentriert, ne? Ja, ist eine Rauchwolke da Wann wollen wir eigentlich an die Box? Keine Ahnung Gar nicht Barra vor mir Der fukt uns einfach nicht Na doch Ich muss tatsächlich sagen, ich habe wieder diese Lags, die ich auch schon im 2016er hatte, dass bei mir kurz gefreesed wird und alle anderen weiterfahren Ich verliere da durch wieder mega Zeit und muss jetzt mal gucken, was für eine Einstellung ich da wieder am besten nehme Pausing an? Ja, ja, ist an Ärgerlich sowas Ich glaube ich komme in Runde 8 rein Okay Teamkollegier ist in der Boxengasse Ich bin hier nicht mehr Teamkollegier Ja Wir haben eine Startphase halt was extrem gemerkt und jetzt gerade eben auch mal wieder Alter, Bottas Uiuiui Wer war von euch in der Box? Michael Wir sagen, da ist wieder so ein gewisses Kribbeln im Bauch, dass es nach der zweiten Koop-Saison nicht mehr so gab Boxenstopp Ach, Michael ist gerade rausgefahren Das ist aber die KI wahrscheinlich, oder? Ja, ja Okay Den Runden noch mal machen Hallo Marius, Mama Mich hat das KI auch geghostet Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 3,9 Sekunden Wer ist von euch auf Platz 9? Ich Bojois sind denn hier Geist Kann das losfahren? Irgendwie total potato Scheiße, das habe ich noch nie gemacht, was muss ich machen? Kupplung drücken und Gas geben Und dann irgendwann die Kupplung loslassen wahrscheinlich? Ja, wenn die Ampel grün wird, oder wie mache ich das? Ja, ja, wenn die Ampel grün ist, einfach loslassen Ja, bei mir ist es so ein bisschen random, glaube ich, immer wieder Shit, was soll das denn? Nein, ich habe den Rennsieger vor mir Und die Termine ist da nie quert, was ist denn los? Fuck, ich habe mir in der Boxen ausgefahren, Team, von 4 angehangen Feels bad Sorry, falls ihr was in laut gehört habt, bei mir ist grad voll ein Helikopter vorbei geflogen Nee, das war nix Grüßt's aber Nein, geh weg Komm, hau ab, Roma Oh Gott, ja, dieses leichte hin und her zucken, der Kami gibt es immer noch Boah Der bei mir leckt alles hin und her Der bei mir leckt alles hin und her Verdammt Ich habe Bottas Ich bin links Ich bin immer noch da Ja, ich bin schon voll am Einschleiern Ich bin schon voll am Einschleiern Ich kann gar nicht, was aber auch gekochen Ja, ich bin jetzt schon 1,5 Sekunden hinter meiner Bestzeit Da sagst du aber richtig flügel Oh, der Frontflügel Langflügel Denk dir nix, du bist nicht alleine mit angekriegsten Frontflügel unterwegs Ah fuck, ich habe vergessen Den Limiter auszustellen, ich depp Gubi, wie stark ist seiner beschädigt? Das war natürlich so dämlich grad Wie bitte? Wie stark ist seiner beschädigt? Äh, so dass sie mir den nicht tauschen Oder sich trotzdem verspüren Ja, aber optisch meine ich jetzt, ich meine ähm Da ist sie keine Flaps mehr auf der einen Seite Wir haben ja ne Schadensanzeige Orange, Rot, Schwarz Gelb Äh, Gelb Ich bin trotzdem nicht getauscht Wenn das glaube ich auch, ja gelb, orange sind Oh, Kies Was? Warst du da grad wirklich so weit außen vor der letzten? Ja Irgendwie kann ich die besser hinterher fahren Verdammt, da kommt schon ein Wifer Ja Ja Fahrer hinter mir Fahrer vor mir Da bist du gefordert Ich vermute, dass du noch einen Stopp machst, Räuber Ja, ist so Ach so Und dass sie noch einen Stopp haben Letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 26,3 Ui War ein Funkenfly Ausnahmsweise mal nicht abgehoben Pfff Ne Oh, ja Ich kann sofort mehr weg Besser fahren, wie vorletzte Kurve Auf dem Curb anbremsen ohne ABS ist richtig scheiße Ah, das wird echt lustig, dieses Team-Duell Lustig ist, das wird wahrscheinlich von den Crashes auch genauso passen wie bei Paris in Ocon Hoffentlich nicht Es ist nur die Frage, wer ist Ocon Wird zwischen Mauer eingeklemmt und wer ist der, der drückt? Äh, je suis Perez Du glaubst, du kriegst ein Reifenschale Du glaubst, du kriegst ein Reifenschale Du glaubst, du kriegst ein Reifenschale Und dann den Mexikaner genommen Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 4,5 Sekunden Dave, das heißt, du kriegst ein Reifenschale Wie bitte? Weißt du, dir platzen auch der Reif Ja, nur ins Spa In anderen Fällen werde ich auf Roten einfach weg Walken Ja, stimmt Ja auch Hauptsache der Team-Kollege Äh, Ray Okay Hauptsache der Team-Kollege holt keine Podien Wem helfe ich denn hinter mir, dass er so nah an die KI reinkommt? Ich sehe schon, komm, es ist ein Fehler, wieder eine ganze Saison zu fahren Ach, Kai, du bist das Okay Ja Ja, dieser Druck, das ist ja schlimm Ja, ne? Mhm Find ich auch Dann geh aufs Klo, Anton Ja, ist klar Wir passen die Strategie an, komm diese Runde rein Das Toppen hat mich gegen die Mauer gedrückt Der Rest 2,0 Etwa fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus Der Frontflügel ist in sehr schlechtem Zustand Gehst du für die Links, für die zweite in den fünften? Sag ich dir nicht Mäh Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung Ich fahre einfach komplett Oh, ein bisschen abgekürzt Nach Gefühl Selbst wenn ich's Müsste schon drauf achten Aber das ist keine Kurve, wo ich darauf achte, in welchem Gang ich bin, sondern eher fahre Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst Aber hier rankommen ist echt schwer, ne? Geht nicht, ne? JTR ist, glaube ich, stärker geworden Wie der Vordermann ungefähr gleich schnell ist Keine Chance Oh mein Gott jawohl jetzt hast du so abgekürzt wie ich gerade eben hat aber Zeit gekostet weil ich danach die Kurve nicht mehr gekriegt habe ich weiß ich weiß bei mir auch aber wir fahren halt fast identisch das ist oh nein Gott oh Gott oh Gott da so weit den über den Kopf fahren das ist so tödlich außen ja ich bin da gar nicht anstrengend gerade Alter what the fuck etwa drei Runden kommen wir mit dem Benzin auch raus hat mega den Juli gemacht du kannst ruhig weit eingreifen ich will ein bisschen Luft haben ja danke Quirat ja oh nein viel zu schnell für die letzte Kurve ich habe die vorletzte unfassbar gut genommen dann unerwarteterweise war ich schnell kommt jetzt wieder dran scheiße war ein Boxen ausfahrt oder was äh nee die erste Kurve auf den Kerb gekommen was so kein Geld gelb da aber hey wer hätte da jetzt Platz gemacht das hat mich ganz richtig irritiert ja sorry das war ich weil ich habe blaue Flaggen gekriegt bei Viper mache ich immer Platz da habe ich schlechte Erfahrung der Viper sinkt außerdem muss da jemand da vorne drauf rein da hast du mich berührt ja ne wer hattest du mich berührt ganz 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 leicht weil er hat die Hand oben geradeaus geschoben letzte Runde ja keine Lust drauf ich will jetzt schon ein Ende haben oh Gott da hat er erst Kurve arbeiten interessant aber hier zuzusehen klar lass mal auf also könnt ihr mal den der Formula Drift mit vorne nehmen weil ihr zieht den den Drift aus der Kurve raus komplett identisch sorry nein ja aber es ist halt unmöglich hier zu überholen das ist echt krass mich schon im ersten Stint gewundert warum ihr nur rangekommen seid und nicht vorbei aber pfff alter unmöglich hier vorbeizukommen ja eben ich fliege ja auch ein paar Runden hinter dir vor dem Stopp das ging nicht ja gg digger Bottas hat mich den Sieg gekostet leider aber gut gemacht hing eine halbe Runde hinter dem Fest ja das habe ich gemerkt Unfortunate ey pfff war echt gut also ja ich weiß nicht ob ich das für eine Saison durchhalten will kann gegeneinander fahren ja pfff aber eine Saison gegen dich wieder oh Gott halten die Nerven nicht durch ich bin schon wieder nur am zittern das ist ein Testrennen und ich krieg's ah ich bin wieder völlig ah aber macht Bock WTF WTF wenn ich die Tegi vorne bleibe teilen wie sich das Lenkrad bei Pace bewegt der Bruder so die Hände wegnimmt hau 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 친구� hau 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 Der ist ja kaum vorhanden gewesen in diesem Rennen. Ja, geil. GG, Ray mit einer krassen Aufholjagd. Genau wie... Ich wäre eigentlich aufs Treppchen, glaube ich, gekommen. Aber ich sage jetzt nicht mehr nix. Nee, ist okay. Aber mein Fahrzeug hat ein bisschen gerutscht. Deswegen habe ich dich dann leicht berührt. Und dann hat das Viper ein bisschen, glaube ich, raus. Aber ich glaube, sich hat es nicht weggetreten. Ich glaube, das ist einfach noch gesunder Racing gewesen. Und bei Marvin, klar, optimistisch natürlich da in die erste Kurve rein. Allerdings, du weißt ja, dass Viper nicht da bin. Dass du dann halt voll zuziehst. Ich weiß ja nicht, ob es so sein muss. Ich hätte halt nie damit gerechnet, dass ihr in der Kurve einfach reinsteht. Ich konnte ja gar nicht mehr anders, weil Viper war rechts neben mir. Du warst vor mir. Ich musste die Bahn ja nehmen. Und dann warst du noch so extrem früh auf der Bremse. Sonst wäre ich schon hinter dir geblieben. Aber du hast halt viel früher gebremst als ich. Obwohl du außen warst. Und dann musste ich ja da reinstechen. Und dann ziehst du halt voll den Scheidepunkt zu und dann dreht es mich und Viper natürlich, der noch mal in war, auch noch weg. Also, ja, da können wir da nichts machen. Aber ist egal, ist ja nur Test. Wir wollen einfach noch mal ein bisschen testen. Mir geht es jetzt noch um gar nichts. Da sind auch noch nicht alle Stärken und so weiter ausgespielt worden und so weiter und so fort. Auch wenn Dave und Anton schon wieder das gezeigt haben, was sie in der Vergangenheit immer auf ihren Kanälen gezeigt haben. Allerdings glaube ich mal, so einfach und so eintönig wird es in der Saison dann nicht werden. Ja, gucken wir mal die nächsten Tests noch an. die nächsten Sachen, die wir dann noch auschecken möchten. Ich bedanke mich auf jeden Fall für alle, die heute dabei waren beim Test. Und dann bis zum nächsten Mal. Ganz, ganz kurz nochmal. Man muss mal auf die Ergebnisse schauen. Bei mir haben einige KI-Piloten gar nicht gestoppt. Was? Ja. Okay, geil. Bei mir standen, glaube ich, Hamilton und Riccardo mit null Stopps da. Okay. Kann man mal machen, würde ich sagen. Ja. Aber ich wollte deine Antwort nicht unterbrechen. Sorry. Ja, kein Problem. Alles gesagt. Ich lasse euch das letzte Wort. Tschau. Tschüss, tschüss.